So, guten Morgen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Wolfenhain. Ja, und es gibt heute eine kleine Änderung. Ich habe auf die Demo-Version 1.1 aktualisiert. Saves sind zum Glück kompatibel, das heißt, ich kann hier direkt weiter machen. In der Festung. Ja, und ich aktualise hier nebenbei mal meinen Laptop. Oh, weia, ich glaube, das dauert etwas länger. Ja, den habe ich seit einer Weile nicht mehr aktualisiert. Und dieser Fangenständer rührt sich kein Stück. Und ich habe immer wegen diesem Rätsel mal kurz im Internet einen Tipp geholt im Internet, ne, weil... Ich bin so viel zu faul im Moment. Dieses Bodenmuster! Ja, es wirkt wie eine viergeteilte Sonne! Sieh in der Rolle nach! Wie hieß es noch? Dorthin, wo die Sonne selbst gekreuzt wird, lenke dein Licht und bringe mir das Symbol. Ja, Junge! So für deine gestatten Abende, oder die richtige Stelle? Blustere dich nicht auf! Das drückt auf Sinn und erschwert die Rätselarbeit. Was ist mit dem Licht gemeint? Moment. Moment. Wie schwierig. Moment. Ähm... Okay, Licht, ne? Ich habe hier Fackeln und ich habe hier... Äh... Hm, das ist halt wieder dasselbe. Okay. Irgendwas muss ich wieder fackeln. Bin ich mir das irgendwo... Ach. Das ist ja Gäbschen. Oh Gott, er aktualisiert immer noch. Ich habe nicht mal angefangen zu aktualisieren. Ja, das war jetzt aber... Was ist das? Lass mich doch machen, Junge! Ich werde eure Burg die Geheimnisse aus dem Leib pressen wie ein Troll, der Durst auf Bärensaft hat. Geht nur dahin runter, wenn ihr euch traut. Nein, ich traue mich nicht. Ich gehe. Darunter. Pah. Oh, ein Knochen. Eine Elle! Nein. Ein Oberschenkel. Pfff. Wie gut, dass die... Ärzte sind. Bäh! Okay. Wir gehen erst mal auf Tötungsjagd. Äh, die Eule habe ich jetzt nicht dabei. Aber das sind eh auch so normale Spinnen. Die mir jetzt total viel Angst machen und... Gott, mein Laptop aktualisiert immer noch. Er hat noch nicht mal angefangen zu aktualisieren. Er lädt doch die Aktualisierung ja nun. Also die Sachen, wo er aktualisieren kann. Ja, ja. 160 Erfahrungspunkte Spinnenbeine. Oh, ich hätte es beklauen können, dann hätte ich eine Spinne gefunden. Oh Gott, wieder eine Schlüffel knacken. Und ich habe gespeichert vorher. Das heißt, die Kiste kann sich überklemmen. Oh nein. Oh Gott. Ha, ich bin gut. Was kriege ich denn? 50 Erfahrungspunkte. Hildwinds. Ring? Was ist das denn jetzt? Das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Haha. Schütze den Träger von Raterei. Plus ein Schild und 3 Geschwindigkeit. Ah. Das nehmen wir doch gleich mal mit und stopfen das alles dem ersten. Habe ich da eben den Kopf gesehen und habe mir das noch eingebildet. Was ist das? Eine Art Aufwandbecken? Was fragst du mich? Du siehst doch, dass dieser Teilefeste schon seit langer Zeit verlassen ist. In den Rändern sind Ablaufringen gemeißelt. Was genau haben deine Leute hier früher aufgefangen? Worauf willst du hinaus, alter Mann? Soll ich etwa annehmen, der Erwählte hängen ketzerische Gedanken an? Sei ich zu vernagelt, Junge! Du wirst doch wohl ein Opferbecken erkennen, wenn du vor ihm stehst. Genug. Wage es nicht, derartige Abscheulichkeiten mit dem Tempelfeste des Güldenen zu verbinden. Der reine, himmelsumspannte Schwarm hat uns schon oft den Willen des Güldenen überbracht. Diese Gemäuer macht mir doch gar nicht den Eindruck, als ob der strahlende Himmelsbruder hier präsent wäre. Ich bin Abenteurer, kein verhutzendes Kräuterwein, darum sollen sich andere scheren. Schade. Was steht da? Und siehe, als der Güldener sein Antlitz hoch über die Erde erhob, da öffnete sich den Gerechten der Weg zur Wahrhaftigkeit. Das stammt aus dem Spruchweisheiten des Haimo. Und gleich sagst du mir doch die richtige Rolle und den Absatz, was? Haimo, Rolle 27, Absatz 3. Oh, Mann. Zu meiner Zeit wusste man doch, was ich mit Streben zu geschehen habe. Ah, ja. Eine Spinne. Ich könnte sie beklauen, aber ich glaube, das lohnt nicht so ganz. Oder? Nö. Wir schlagen sie mal tot. Oh, Mann. Ja, spannende Kämpfe. Und ich werde keinen rausschneiden. Nein! Weil, ich muss sie ertragen. Also könnt ihr sie auch ertragen. Oh, ja. Er schläft mal wieder im Kampf vor sich hin. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich sollte die Waffe vielleicht wechseln. Ach, das lohnt nicht. Das ist viel zu anstrengend jetzt. Ich krieg schon wieder Husten, habe ich das Gefühl. Ist doch scheiße. Ah, nichts zu offen. Ja, 160er Fahrtpunkt. Das Schwindenbein. Bla bla bla. Der Block dahint ein wenig in die Höhe. Aber bis auf ein kleines Loch ist nichts Auffälliges zu erkennen. Ja, muss ich bestimmt irgendwas reinstecken in das Loch. Ne, ho, ho. Falsch. Ist das falsche Loch. Äh, ja. Da ist doch irgendwas. Es verfolgt mich. Nein, das läuft von mir weg. So wär's korrekt. Was wirst du geben? Böööö. So sollst du erhalten. Liegt eine kleine verzierte Kurbel. Ää. Moment, ich muss noch mal laden jetzt. Dann hab ich das letzte Mal gespeichert, lange her, ne? Ja, vor dem letzten Kampf. Ja, das hatten wir alles. Ja. Ja, Hunk will alles ausprobieren immer. Das ist... Das wird erst schwierig, wenn man plötzlich Laden drückt, bevor man schaut, wann man das letzte Mal gespeichert hat. Und das letzte Mal speichern verdammt lange her ist. Verdammt lange meine ich so ungefähr ein, zwei Stunden. Minimum. Und warum sterbt ihr nicht einfach? Oh, ihr geht mir auf den Nerven, weil man scheiß Einschläfern da immer... Mann, 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 Mann. Ach, komm, sterbt halt einfach. Ihr sind Spinnen, warum fallen die so viel aus? Ich werde immer noch auf das Spiel, wo man die einfach mal zertreten kann. Und dann sind sie tot. Bäh. Oh, was ist das denn? Im Schatten birgt sie das Unheilige vor dem güldenen Strahl. Ah, ja. Das heißt so viel wie... Ja, schönes Dunkel, ne? Was wirst du geben? Gold. So sollst du erhalten. Ach, jetzt erkenne ich erst, dass das ein... Spinnenbein ist. Ich soll nicht mehr die Zeichen vielleicht anschauen, bevor ich einfach mal drauflaufe. Ja, Spinnenbein. So sollst du erhalten. In dem Mauerfach liegt eine kleine, verzehrte Kurbel. Es sucht mir in den Fingern, das Bein einfach wieder zu nehmen. Ja, ja, ich habe gehört, dass du Luft für einen belehrten Kommentar geholt hast. Nichts dergleichen. Ich hatte mit dem Hammer ausgeholt, um dich an Schandtaten zu hindern. Was du da... Da gebracht hast, musst du auch... HALT! Ich wähle den Hammer! Sehr endlich werden. Wer wählt er? Er wählt er. Nein, ich nehme lieber den Hammer. Ja, ja, das kommt nochmal dasselbe, bla bla. Ach komm, kannst du mich nicht einfach mit dem Hammer schlagen? Schlag mich. Ohne Falle. Äh. Ich soll vielleicht erst mal da drauf drücken. Also, das ist definitiv ein Part. Ich kenne... Also... Ja, ich habe es kapiert, das System. Uh, ich habe Stufe... Oh, hallo. Da hat es wohl jemand seine Diät übertrieben, was? So langsam könnt ihr den hier auch abnehmen! Wenn er dort hängt, wurde er folglich gerichtet. Und das Urteil erlischt doch nicht plötzlich mit dem Tod. Oh, nein, das wäre ja unsinnig. Kommt gar nicht erst auf die Idee! Man könnte sich eventuell zwischen Stäben mit durchschlängeln! So eng stehen sie nun wirklich nicht beieinander. Doch! Stehen sie! Oh, jetzt muss ich hier wieder Rätsel lösen. Äh... Nein, da kann ich nicht abhängen. Hm. Okay, jetzt... Hm. Gibt es da denn einen Geheimgang? Es gibt immer einen Geheimgang. Nein, hier nicht. Hier gibt es keinen Geheimgang. Das heißt, ich muss hier einen Schalter umlegen. Und... Ich weiß auch schon wo, weil... Ich habe eben das Ding gesehen, da ist es mir genial eingefallen. Äh... Yeah! Hervorragend! Ach ja? Geht das noch etwas konkreter? Natürlich! Irgendetwas hat sich irgendwo verändert! Das ist toll! Ja, so ungefähr kann man Rollenspiele zusammenfassen. Ja, und... Mein Laptop... Was... Was... Mein Laptop lässt mich in den Kampf gehen. Äh, nein! Was macht der so lang? Oh Gott, ich glaube, es dauert noch zwei Wochen, den zu aktualisieren. Wie soll den öfters aktualisieren? Dann dauert es vielleicht auch nicht mehr so lang. Warum drücke ich die ganze Zeit Return, wenn ich doch noch gar nicht dran bin? Drück, dann geht's schneller! Ich nutze die Nanosekunde Vorsprung, die ich dadurch erhalte, aus und er ist tot. Sieg bei den Göttern! Ja, geh mal weg hier. Äh, selber Text? Selber Text. Schon immer hat das dunkle Wimmern zufucht vor diesem herrlichen Zeichen gesucht. Ist das vielleicht das Symbol, das wir Gerwald bringen sollen? Was tust du? Und ersteh dich, die Platten von der Wand zu hebeln. Sie gehören an diesen Ort. Ruhig, Junge! Ich wollte nur sehen, wie fest sie angebracht sind! Ich glaube, ich spreche ihn schon wieder anders, aber was soll's. Und was ist das für ein Vieh? Ist das eine Ratte oder ist das ein böse Entgegner? Die Überreste wirken irgendwie klebrig! Guck! Guck, nicht so fornungsvoll! Du hättest eben besser aufpassen sollen! Äh, hallo! Talma, steh mir bei! Was ist das? Schwarze Rachna. Ist das so eine Art Schwarze Witwe? Kommt heran, ihr köstlichen Duftenden! Ich widdre euch schon seit einer geraumen, sehnsuchtsvollen Weile! Was hat ein dunkel geschöpft wie du und der Tempelfässer des Güldnern verloren? Sein Geheimnis bin ich! Sein schattiges Geheimnis! Unmöglich! Ihr wurdet zu mir geschickt, nicht wahr? Von einem Ordensmann, so ist es doch, hm? Ja, und? Das zeigt, dass man mich kennt und dass ich noch bin, zeigt, dass man mich duldet. Das kann nicht sein! Das Licht des Strahlen ist bestimmt, Unwesen wie dich zu versengen! Hihi, Dummkopf! Es ist das Licht, das erst den Schatten hervorbringt! Erkennt die simple Wahrheit! Verweigert ihr euch mir, ist es, als wendet ihr euch gegen den Güldenden selbst! Und was willst du von uns? Kommt heran, seid ohne Furcht und lasst uns die Köpfe zu gemeinsamen Gebet beugen! Gut, aber ich bleibe wachsam! Halt du nah! Die Lästerung ist weit genug getrieben worden! Fahrt mit der schwarzen Geschwindens der Lüge! Das Licht, es brennt, nimm es weg! Futter, nimm es weg! Sieh an! Du bist angekennet! Sprich, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Verreiches Futter, ach, das Netz war zu schwach, an denen werde ich mich nicht laben können! Brunnen erhält 100 EP für seine Rechtgläubigkeit, die ihn vor der Dunkel-Ehrwing bewahrte. Wir sind noch nicht fertig mit dir, Kreatur! Was bist du? Lösch das Licht, sagen will ich dir alles, Futter, aber nimm erst das Brennen von meinem Leib! Ein Hälscher-Frick, Brunnen! Dimm deine göttliche Anteine etwas ab, aber pack sie nicht ganz weg! Okay. Wer hat es jetzt nicht erwartet, dass ich Lade und den anderen Weg ausprobiere? Ich will auch 100 EP haben, ich will ganz viel mehr haben. Ja, ja, das kennen wir alles. Ja, und... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Ich traue dir nicht! Die Orgerminder mögen flammensüchtige Fanatiker sein, aber sie praktieren nicht mit Scheusalen! Gibt's doch spülen aus der Tudor-EP, weil sie Racht aus dunkler Absichten rechtzeitig erschnüffelte! Was ist jetzt besser? Ich kann jetzt nochmal laden und schauen, wer weniger EP hat, ne? Ach, ich kippe mal Hauptcharakter wie immer! Was bist du? Ich wohnte schon in den Gängen des Berges, lange, lange bevor die Feste erbaut wurde. Als sie erst in eurer Art kamen, wussten sie weder von mir noch meinen Netzen. Ich lernte euch zu schätzen! Euer Mag ist süß und euer Fleisch eine Monne! Toll! Dämon-Scheusal! Ja, so nannte mich die, die dann kamen. Ach, sie brachten das grässliche Licht immer tiefer in meine Gänge hinein. Sie jagten mich, mich, die schwarze Rachner! Aber das Licht war zu stark! Apropos, ist das männlich oder weiblich? Mir egal. So wurde ich vom Orden des hellen Strahlen-Trennen gefangen. Was tut ihr? Der Orden stöberte mich auf, und einer seiner machtvollen Varien zwang mich in die Ketten. Zwang mich in die Ketten. Okay. Anfangs nutzte sie mich noch, um ihre Feinde zu strafen. Es war eine würdelose Zeit, doch immerhin wurde ich satt. Nur irgendwann hörten sie auf, ihre Rieten hier unten zu begehen. Seitdem ist es still geworden. Nur hin und wieder schickt man mir etwas Futter zur Prüfung. Prüfung? Die Glaubensfeste entgehen meinen Netzen. Die übrigens sättigen mich. Eine Prüfung auf Leben und Tod? Davon hörte der verdammte Gerber kein Wort gesagt! Er wusste, dass dem Gerechten keine Gefahr drohen kann. Ein Dreck! Die Knau hier zeigen, dass er sich auch schon geirrt hat! Hüte deine Zweifel, Erwählter, wenn du ihn nicht erzürnen willst. Meine Zweifel haben mir schon oft genug den Hals gerettet, Jungchen! Was weißt du, was weißt du über ihn sowohl? Ah, die Prüfung, Futter, gehorchen muss ich, so will es die Regel. Du willst es mir? Einfach so? Ach, was frage ich überhaupt? Also gut, was muss ich tun? Bau der Sonne in dieser Kammer eine Treppe, die sich nach oben windet. Dann sollst du belohnt werden. Hä? Ich habe genug von diesen Andeulungen. Brun, brenne den Pils, bis ihr uns eine klare Auskunft gibt! Was redest du? Die Regeln dürfen nicht gebrochen werden. Ja, ja, prinzipiell ist das ein wirklich feiner Grundsatz. Aber hier und jetzt... Nein! Störlischer Esel! Aber hier haben wir mir nichts vor, wenn wir uns gleich die Schädel heiß rätseln! Naja... Was war denn... Diese Kammer eine Treppe, die sich nach oben windet. Was für ein selten der wieder Hinweis! Äh, kann ich das nicht ändern? Damit hätte ich jetzt irgendwie gerechnet. Okay... Naja, das glaube ich wieder nicht, das ist ein Spinnweben. Oh, Spinnen! Immer müssen es Spinnen sein. Gibt es auch ein Rollenspiel ohne Spinnen? Ich glaube Final Fantasy, oder? Keine Ahnung, habe ich jeblich nicht mehr gespielt. Siebte Teil, das war irgendwann so nervig am Schluss. Zwei Schritte gegen Gegner! Zwei Schritte gegen Gegner! Zwei Schritte gegen Gegner! Drei Schritte gegen! Hey, Gegner! Das war überhaupt nicht lustig. Ja. Man wusste nie, haut man jetzt die Zauber raus oder schlägt man normal drauf? Irgendwie war beides. Ach ja, schlag halt vorbei! Spinnen so klein, da schlägt man dauernd vorbei. Wo muss ich überhaupt anfangen? Egal! So, Treppe. Oben gebaut, fertig, aus! Ah, und ich lauf wieder die... Ich lauf immer wieder dieses Scheißspinnweben! Ja. Es ist eh Jacke wie Hose, wem ich die Erfahrungspunde gebe, glaube ich. Ne, ne, ne. Hab ich doch gemacht? Der hat wohl nur einen kleinen Happen abgeworfen! Hä? Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Ja, ja, das... Was? Hm. Merkwürdig. Ne, der hat am Anfang noch irgend so ein Lichtsymbol gemacht. So, vielleicht... Oh Gott, nein! Jetzt... Ich weiß, was jetzt kommt. Lauf 20.000 Mal hin und zurück, bis du die richtige Kombination gemacht hast. Weil du beim ersten Mal, wo dieses komische Licht kam, nicht aufgepasst hast. Äh, dann eben nicht. Und was macht mein Laptop so lang? Das macht mir langsam Angst. Ich will gar nicht wissen, wie das lang das Update dann selbst dauert. Okay. So vielleicht. So eine Kombination gibt's doch nicht. Und ich lauf wieder in die Spinnweben. Bin ich gut, oder was? Ich hab's so drauf, ne. Ich hasse es langsam. Natürlich ist es die letzte Kombination, wo ich ausprobier. Wie könnte es sonst sein? Ich mein, hallo. Das ist ein Rollenspieler. Das ist immer die letzte Kombination. So. Ist das jetzt die letzte oder die vorletzte? Ich pass nicht immer auf, als ich das spiele. Mein Laptop lenkt mich ab. Das ist schlimm. Äh. Verwirr mich nicht. Verwirr mich nicht, Baby. Ah, und ich lauf da... Ich glaube, das ist jetzt die letzte Kombination. Oder hatte ich die schon? Ich weiß es nicht. Verdammt. Keine Ahnung. Was ist das los? Umwindel. Ich sag umwindel, dann sollst du belohnt werden. Hä? Hab ich doch gemacht? Wat? Wat mache ich jetzt schon wieder falsch? Ach. Ach, ja. Egal. Äh. Gibt es da noch eine Sonne? Hab ich eine Sonne übersehen? Ne. Da ist eine Kiste. Kiste. Treppe. Mal überlegen. Ja, die windet sich aber nicht. Warte. Oh Gott, das wird jetzt viel länger dauern. Ja. Zwei Monate später. Halb verhungert. Hab ich dann... ... nach oben windet. Hab ich doch gemacht. Moment. Ähm... ... fahr'n wir mal alles auf Anfang zurück. Lalalala. Achso, wenn alle unten sind, blinkt das. Das ist... ... mh. Und man kann ja auch in die andere Richtung honken, ne? Weil... ... gibt ja immer mehrere Richtungen. Wo weißt du? Die Treppe ist errichtet. Die Sonne scheint empor und sende dir einen Dank. Ja, das klingt scheiße. Bytimer! Wie kommt? Seit wann hättest du denn schon dieses Symbol in den Händen? Natürlich schon! Seid mir heruntergest...